Die KR 805 3GB ist leistungsstark, sicher und effizient. Aufgrund des serienmäßig verbauten Pendelfahrwerks und der flexiblen Kinematik ist das Gerät auch in unwegsamem Gelände und bebauten Umgebungen sehr effizient einsetzbar. Das Bohrgerät eignet sich besonders für Sondenbohrungen bis zu 375 Meter Bohrtiefe. Durch Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und dem Energieeffizienzpaket ist die Maschine sehr nachhaltig. Die KR 805 3GB ist dann richtig für ihr Bauprojekt, wenn sie geneigte und vertikale Sondenbohrungen im Tieflochhammer- und Drehbohrverfahren ausführen wollen.